Meine Mama ist die Beste, weil sie fünf Kinder zur Welt gebracht hat, das ganze Leben über bis 65 gearbeitet hat, die Kinder mitversorgt hat und ganz viel Musik gemacht hat, weil sie immer für mich und meinen Bruder da ist und sie einfach die Beste ist. Ja, weil sie einfach für mich da ist, weil sie mich unterstützt in den Sachen, die ich mache. Ich bin nämlich selbstständig, so einen Weg zu gehen, das ist ganz schön krass. Und dann muss die Mutter auch, wenn sie sich unterstützt, ziemlich viel ertragen und ich finde es einfach top. Sie hat mich jetzt das letzte Jahr bei sich wohnen lassen. Wir haben ein Haus gekauft und haben das komplett kernsaniert und deshalb ist meine Mutter die Beste. Meine Mama ist die Beste, weil sie mich einfach in allen Lebenslagen unterstützt, egal was ich für Probleme habe. Sie ist für mich da und sie wird echt alles für mich tun. Weil sie einfach alles für mich gibt, weil sie mich sowohl finanziell, emotional unterstützt und immer da ist bei all meinen Problemen. Weil sie sich um jeden von uns kümmert, wir sind eine große Familie und es ist echt hart. Mama, danke, dass du alles mit mir machst, dass du alles mitmachst mit mir und mich so krass unterstützt. Danke.